Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Micky und die flinken Flitzer. Eine alte Freundin von Minnie kommt zu Besuch und nimmt an einem Rennen teil. Aber das bringt ihre Freunde in Schwierigkeiten. Das ist dein erster großer Sprung. Warum lässt du mich nicht vorfahren? Ich zeige dir, wie es geht. Aber wenn ich vorfahre, kannst du mir zusehen und ein paar Hinweise geben. Da sind wir wohl verschiedener Meinung. Dann springt als erster, wer als erster dort ist, Herzchen. Sie springen beide zur selben Zeit. Das gibt's noch nicht. Ein Stück von der Rappe ist abgefallen. Und da kommt doch schon Daisy. Bei allen Knöpfen und Schleifen. Daisy steckt in Schwierigkeiten. Daisy, gib Gas! Daisy, ist alles in Ordnung? Nein, aber das geht nicht nur mir so. Was meinst du damit? Donald und Micky sind raus. Und das nur euretwegen. Wirklich? Absolut ja. Ihr wart Donald im Weg und er ist im See gelandet. Und Micky steckt auf einem Geysir fest. Wacht auf, Mädels! Du meine Güte! Vielleicht war unser freundlicher Wettbewerb doch gar nicht so freundlich. Du hast recht. So wie immer, Mini. Also ich würde sagen, in Zukunft müssen wir achtsamer sein, wenn wir mit unseren Freunden um die Wette fahren. Du darfst vorfahren, Maggie. Davon will ich nichts hören, Mini-Line. Oh, ich verstehe darauf. Du fährst zuerst. Ich fahr zuerst. Wir sehen uns an der Ziellinie. Und los! Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zur Ziellinie und Goofy liegt in Führung. Es ist Kopf-an-Kopf-an-Kopf. Und Goofy gewinnt. Hier haben wir unseren Alltags-Flitzer-Ground-Prix-Champion. So gemacht, Goofy! Gratuniere, Goofy. Du warst wirklich großartig. Danke, Mini. Hört mal, Leute. Maggie und ich wollen uns bei euch entschuldigen. Wir gewinnen beide gern. Aber wichtiger ist es, ein guter Wettbewerbsteilnehmer zu sein. Und ein guter Freund. Mini und ihre Freundin haben gelernt, dass Gewinnen Spaß macht. Aber dass es wichtiger ist, ein guter Freund zu sein. Bleibt dran für weitere kleine Geschichten. Und seht mehr von Mickey und die Flinken-Flitzer auf Disney Junior. Tippt oder klickt hier für weitere Videos. Und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior. Willkommen bei dir bei mir. Bis zum nächsten Mal.